Philipp Friedrich Lebrecht von Lattorf war ein königlich-preußischer Offizier, zuletzt Generalleutnant, Chef des Infanterieregiments Nr. 31 sowie Gouverneur von Küstrin. Leben Seine Eltern waren der preußische Hauptmann Johann Dietrich Lebrecht von Lattorf und dessen Ehefrau Magdalene Sophie von Lattorf. Er wurde 1745 zunächst Kadett in Dresden. 1747 wurde er gefreiten Korporal im Infanterieregiment Nr. 35. Dort wurde er am 19. September 1751 fähnrich und am 24. September 1755 2nd Lieutenant. Während des Siebenjährigen Krieges kämpfte er bei Lobositz, Reichenbach, Prag, Kullen, Breslau, Leuten, Kunersdorf und Torgau. Dabei wurde er in Kullen und Kunersdorf verwundet. Bei der Belagerung von Ohlmütz erhielt er den Purlemerit, aber er war auch den Belagerungen von Schweidnitz und Breslau dabei. Er wurde während des Krieges am 20. Juni 1757 Premier-Lieutenant und am 14. Dezember Stabshauptmann sowie am 10. Dezember 1762 Hauptmann und Kompanie-Chef Nach dem Krieg dauerte es bis zum 1. Juli 1775 bis er Major wurde. Als solcher nahm er am Bayerischen Erbfolgekrieg teil. Am 2. Oktober 1784 wurde er Oberstleutnant und am 15. Juni 1785 Bataillonskommandeur im Infanterieregiment Nummer 29. Am 21. Juni 1786 wurde er in das Garnissansregiment Nummer 5 versetzt. Dort wurde er am 25. Mai 1787 oberst. Am 1. Mai 1788 wurde er zum Kommandeur des Depotbataillons des Infanterieregiments Nummer 41. Am 20. Mai 1792 wurde er zum Chef des Infanterieregiments Nummer 31 gemacht und zugleich erhielt er die Beförderung zum Generalmajor. Er nahm am Feldzug in Polen teil und besetzte die Stadt Radom, was ihm öffentliches Lob von König Friedrich Wilhelm II. einbrachte. Er erhielt am 24. Mai 1798 die Ernennung zum Generalleutnant. Am 20. Mai 1800 wurde er als Gouverneur auf die Festung Küsterien versetzt. Dazu erhielt er eine Pension von 1200 Talern. Gleichzeitig gab er sein Regiment ab. Nach dem verlorenen Krieg von 1806 wurde er 1807 inaktiv gestellt. Bei der Kapitulation der Festung vor den Franzosen war er nicht beteiligt. Er starb am 15. Juli 1808 auf seinem Gutklicken. Er war zweimal verheiratet. Er heiratete am 22. August 1756 Elisabeth Henriette von Forcade, Tochter des Generalmajors Friedrich Wilhelm Quirin von Forcade. Am 11. Dezember 1775 heiratete er Katharina Henriette von Beville. Das Paar hatte einen Sohn. Friedrich Wilhelm Heinrich Ludwig Philipp, preußischer Major.